Mit Mid Journey Stable Diffusion, Doll E und Co. kann man auch immer mehr Bilder verarbeiten. Das ist auch ein Feature, was ChatGBT bald bekommen soll oder auch Bing schon haben soll, bzw. bald bekommen soll. Und ja, das ist extrem mächtig. Wir wollen uns heute angucken, wie wir dieses Bild hier in ein Nicht-Anime-Bild, ein realistisches Bild umwandeln können. Und da schauen wir uns einige Techniken für an. Gut, zunächst einmal, was machen wir? Wie machen wir das? Naja, wir nehmen dieses Bild, das wir irgendwo im Internet gefunden haben, machen hier Bild kopieren und posten das einfach hier rein. Dadurch wird es auf Discord hochgeladen und wir haben dieses Bild. Das kann ein Bild von euch sein, das ihr einfach da reinzieht. Achtet bitte hier auf Privatsphäre. Das Bild ist danach quasi öffentlich, okay? Das muss man einfach dazu sagen. Aber gleichzeitig kann das natürlich auch jedes andere Bild sein, was ihr findet. Wenn ihr das hier drin habt, ihr braucht im Endeffekt einen Link zu diesem Bild, um es verarbeiten zu können. Das heißt, wir öffnen das, machen hier Grafikadresse kopieren und schon geht's los. Ihr könnt natürlich auch direkt die Grafikadresse, falls ihr es irgendwo habt, kopieren und dann verwenden. So, wie machen wir das? Naja, wir haben jetzt hier die Option, Slash Image zu wählen und können hier einfach dieses Bild hier reinpacken. Die Breite und Höhe hier brauchen wir nicht. Punkt PNG reicht eigentlich an der Stelle. Und ja, damit haben wir schon Zugriff auf dieses Bild. So, jetzt, was wollen wir da draus generieren? Naja, wir können jetzt hinten dran einfach sagen, was aus diesem Bild gemacht werden soll. Das heißt, sowas wie Half Body Shot. Das heißt so Hüfte aufwärts. Ähm, wer ist das, würde ich auch immer noch dazu schreiben. Das ist Tanjiro, Tanjiro aus, äh, from, den Slayer Anime. Wobei, nee, Anime sollten wir nicht dazu schreiben. Wir wollten ja was Realistisches draus machen. Und jetzt wollen wir beschreiben, was wir draus bauen. So, und jetzt gehen wir einfach mal nach oben und schauen, was hat denn hier sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, und da würde ich einfach mal mir hier ein paar Sachen klauen. Porträtfotografie, Beautiful, Warm Morning Sunlight, Smooth Light, Shot on, Duster und Film Grain brauchen wir eigentlich nicht. Den machen wir gleich noch raus. So. Okay, Film Grain raus. Und schon sind wir eigentlich fertig. Und jetzt probieren wir einfach mal, was hierbei rauskommt. Oh ja, äh, hab ich nicht Slash and Matching genommen. Ach doch, äh, oh, seit wann ist denn das da dran? Okay, ähm, also das braucht jetzt gerade noch ein bisschen, bis es startet. Und wir sehen hier, dass im Endeffekt der Mid-Journey-Bot das jetzt akzeptiert hat. So, ähm, jetzt haben wir quasi eine spezielle Version von Tanjiro erstellt, der aber trotzdem immer noch sehr gezeichnet aussieht. Ähm, das soll natürlich nicht so bleiben, aber es ist auf jeden Fall mal schon mal ein Anfang und wir sehen, was wir bekommen können. Ich finde es ziemlich gut, ehrlich gesagt. Wir sehen auch hier übrigens, dass es jetzt bei Mid-Journey hochgeladen wurde. Ähm, nochmal kurz hier der Datenschutzhinweis, ne? Ähm, Achtung. So, ähm, also was wir hier machen, ist, wir kopieren uns den ganzen Befehl nochmal. Und was ihr jetzt auch noch lernt, ist, dass man diese Gewichte, äh, dass man diese Bilder auch gewichten kann. Ihr könnt zum Beispiel angeben, wie stark dieses Bild in die neue Bildgenerierung einfließt. Und generell ist das, glaube ich, hier in dem Fall eine ganz gute Idee. Das machen wir mit IW, was für Image Weight steht. Und ich würde hier tatsächlich mal mit 0,75 arbeiten. Ihr könnt aber auch übrigens mehrere Bilder einfügen, indem ich hier einfach nach dem ersten Bild einfach den Link zum zweiten Bild und so weiter und so fort postet. Also das macht schon sehr viel Sinn. So, und wir klauen uns jetzt hier oben noch ein paar andere Sachen. Ähm, Insane Detail finde ich ganz gut. Real Photography finde ich auch super. Ähm, machen wir hier rein. Insane Detail. Smooth Light haben wir schon, oder? Ja, Smooth Light haben wir schon. Real Photography. Bla, bla, bla. Superior. Komma. So, und das sollten wir dann auch noch mit reinbauen können. Und damit haben wir eigentlich auch schon ein relativ gutes Beispiel, wie das Ganze aussehen könnte. Jetzt machen wir noch was anderes. Also, ich meine, das sind wirklich gute Bilder hier. Das sieht ziemlich realistisch aus. Das sieht nicht mehr aus wie ein, äh, wie ein Anime, muss ich sagen. Jetzt machen wir noch was anderes. Ich hab mal ein Bild von mir, von ein bisschen früher hochgeladen. Und ja, das ist das. Und jetzt machen wir mal folgendes. Wir machen hier mal Grafikadresse kopieren. Und jetzt gibt es sogar einen neuen Befehl dafür. Slash Blend. Und da haben wir bis zu vier Bilder. Ich kann übrigens auch hier einfach die, ah, ich muss die sogar anhängen. Okay, dann hängen wir sie direkt an. So, hab beide Bilder. Wir können bis zu fünf Bilder miteinander, ähm, verschmelzen lassen. Und ich mach jetzt hier einfach mal Go. Und dann werden die miteinander verarbeitet. Ihr könnt, wie gesagt, das relativ flexibel halten. Aber ihr könnt nicht unbedingt einen Befehl hintendran geben. Das könnt ihr hier oben tatsächlich machen. Das funktioniert. Aber, ja, ihr müsst ein bisschen überlegen, was ihr wollt. Was ihr durchaus machen könnt, ist, ihr könnt das Ding blenden und anschließend verarbeiten. Oh, haha, das wird furchtbar. Wow, ich frag mich immer wieder. Also, ja, mit Journey denkt, ich bin ziemlich fett. Aber, gut, das ist was anderes. Ähm, ja, also, so kann man Dinger miteinander verschmelzen lassen. Probiert da am besten ein bisschen aus. Ähm, es macht tatsächlich Sinn, wenn man hier, naja, ein bisschen mehr miteinander verschmelzen lässt. Ich zeig euch nochmal was anderes. So, ähm, und ja, ich hab jetzt hier einfach beide Bilder reingegeben. Das ist über den Slash-Imagine-Befehl. Das hier oben war über den Slash-Blend-Befehl. Und hab hier dazu geschrieben, Anime-Sword-Fighter, Half-Body-Short, Insane-Detail, bla bla bla. Alles, was wir oben dran hatten und Version 5. Das hab ich bei dem oben drüber noch nicht gemacht. Und ich muss sagen, diese Ergebnisse hier sind natürlich markant besser. Ja, ähm, ich würde da tatsächlich euch empfehlen, einfach mit Slash-Imagine zu arbeiten. Ich weiß nicht, Slash-Blend ist, glaube ich, noch so ein bisschen in der Ausarbeitung. Zumindest gefällt's mir nicht, wie ich da aussehe. Aber hey, es funktioniert. Ich meine, es ist nicht kaputt. Ähm, und wenn man dann in Photoshop den Hintergrund freistellt, dann wäre das wahrscheinlich auch eine realistische Anwendung. Wobei ich nicht so fett bin, Mann! Der Pullover lässt mich fett aussehen. Anyways, ja. War ein kleiner Joke am Ende. So, ähm, also das waren so die wichtigsten Sachen, würde ich sagen, für Mid-Journey. Ich hab jetzt allerdings noch ein paar Tools für euch und ein paar Ressourcen, die ich euch auch noch mitgeben möchte. Das heißt, das schauen wir uns nächstes Mal an. Bis dann. Ciao.